Wie soll ich es sagen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. 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 Auf jeden Fall. So. So. Bis zum nächsten Mal. 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 du kannst ja einmal die new ein bisschen angucken gerne wenn du willst die ist nämlich new oder und das wird auch richtig das wird auch in meinem whatsapp kanal und so geliebt eine new kommt und der spawn sollte eigentlich geliebt sein und gleich und es kommt jetzt auch mal kurz gleich ein restarting jungen server restarting weil ich habe ein paar sachen vergessen hier muss nur ich glaube ihr müsst ja nur roblox s eingeben ich habe mich geöffnet roblox ja ihr könnt auch einfach roblox s eingeben oder roblox sp schreibt mir mal kurz davor schreibt man das mal kurz auf das körper dann kann ich das kopieren zu v zu lesen hier dürfen eigentlich nur admins hoch auch die auf meinem discord server oder auf youtube admin sind die dürfen mir guck mal ich habe deinen bruder gefunden der ist dein bruder guck hier oben der fliegt hier der ist dein bruder wo ein dicker und ein größer ok ich gucke das sieht mehr aus als ich du musst du moritz sagt auch sowas bekommen ich bin gerade über deinen bruder ok du kannst hier so leute es kommt gleich ein restarting zu server ja dann warte guck mal gleich kommt gleich komm ich komm geh einfach wieder drauf geh einfach wieder drauf der server muss nur kurz restarted Wie startet werden Ich war drüber Alles ausgeschrieben Schau mal wieder drauf Musik Oh Junge, ich schreibe gerade mal kurz die Beschreibung, weil ich die vergessen habe, zu machen. Musik Ja, achso, jetzt hast du richtige Commands. Ach ja, okay. Ich hoffe, musst du restartet werden. Ich hoffe, er wird aber gleich noch mal restartet, weil der Titel geändert wird. Also, weil das alles geändert wird. Also, eigentlich darf jeder mal hier hoch, weil es bringt halt nichts, weil hier oben noch nichts ist. Musik Aber in den nächsten weiteren Updates wird da was sein. Musik Es gibt nur eine Sache, das ist schon das Secret. Drei neue Secrets! Musik Es gibt ja einmal auf der Treppe das Secret, dann oben das Secret und dann hier unten das Secret. Das sind ja alles Secrets. Musik Es muss FlyEye geben. Musik Musik Herzlich Musik 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 Ja, weiß ich nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert. Musik 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 Und? Ich hab mal Fly ein. Der ist als eingefüllt fast noch genau groß. Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz nochmal kurz schnell die Links schreiben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich habe die Einfluss mit mir Ach und Dorst sollte auch ein Update bekommen haben, habe ich gehört. Dorst hat einen Update bekommen, können wir auch mal spielen, aber jetzt gehen wir erst mal in, jetzt wollen wir Dorst, schreib mir privat, Dorst oder Dorst, Dorst, ok, der kommt auf mein Privatserver, ich mag kurz einen, ich glaube ich hab sogar einen, denke ich mal. Leute, ihr kommt mir über die Joints nachjoin. Noa, schreib mir nach, du kommst in meinen Server rein. Und an den Chat, ihr kommt auch bei mir rein, ah geil, Junge Noa, du bist ja früher drin gewesen als ich. Ok, wir machen aber mal die Hintergrundmusik jetzt aus, weil ich höre sie ja selber. nur an mir, oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Komm, geh mir in den einfachen Stuhl. 3, 2, 1, los. Ok, ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber ok. Geil. Hä? Der schreibt einfach nur so geil. Geil, Dorst Updates. Interessiert mich einfach. Ey Leute. Remember das was ein bisschen? Football. 운h. Hat mir das Ganze auch unter. Abonniert mich einfach nicht. Ja, warum das nicht einmal so geil ist. Komm schon. Ich bin nicht da. Was ist das? Was ist das? Wer ist das? In den Schrank? Das ist so creepy. Das ist so creepy. Ich hab mich jetzt schon eingeschissen. Oh mein Gott! Kommt jemand! Was ist das? Ich glaube nur ausgedreht. Hallo? Nein, Junge, nein. Ich kann das nicht spielen. Ähm, also sorry, aber was ist das für ein Maud? Der ist ja schlimm. Holy shit. Oh, das ist übel. Können wir bitte in Toiletown-Defense gehen? Ich habe Schiss da. Das ist schlimm. Ich kann das nicht. Warte, wir können uns mal das Video angucken. So, der Hand. Gucken wir uns das mal an. Video-Ton. Handmail. Bis zum nächsten Mal. ouring. mal hier. Das war's für heute. okay will immer ein teuer die fans wir gehen auf dem privaten weil ich bin die leute wir geben auf mein platz er kommt mir dann helfen oder viel können helfen wenn er haben die anderen oder ein oder anderen die chance nachzusehen also es gibt hand event oder sowas ähnliches ja so zeugheit ist halt so meine johns sind an man kann über die deutsche privat wo soll doch mein bringer zu werden das ist nicht so stimmt hier ist hier ist ein Eikesseneik, vor allem Spawn war direkt ein Eikesseneik, weil Spawn war direkt ein Eikesseneik. Junge, wenn du keine Berechtigung hattest, wieso bist du da drauf gekommen? Ich habe ja genau das gleiche, halt im Feuerwerk. Ich habe das hier am Spawn und das am Endlos-Modus gefunden. Wo ist das andere? Ja, ich fühle mich zu jedem Einzelnen. Ach so! Okay, das ist ein Eikesseneik. Wo ist das nächste? War schon gut versteckt. A VIP. Ich habe gleich den Lackboost. Und noch? Es kann sein, dass da eins ist. Boah, Junge, zu 100% ist hier eins. Wetten? Was wetten wir? Wir wetten um gar nichts. Wir wetten um eine Pena. Wir wetten um eine Pena. Das war ein Endlos, habe ich schon gefunden. Hier sind... Ach, Junge, hä? Okay, jetzt habe ich einen... So, ich klieme ihn. So, und jetzt... Coinboost. Das ist ein Trading Plaza, oder? Kommen wir auch automatisch auf den privaten Trading Plaza? Hoffentlich. Ich habe ihn auch noch nicht erzählt. Ich habe den Leperkun Cameraman gekauft. Ich habe zu viel länger weise noch ein paar Wacken überlegt. Das erste Egg habe ich direkt gefunden. Das ist Gröten ein. Ich bin direkt sehr schön gemacht. Wo ist noch ein Egg? Wo machst du das? Das ist ein bisschen schade. Ja. 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 Send mir einfach. Ja. 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 Okay. Ich habe es umgekundigt. Okay, ich habe schon zwei Eggs. Da fehlen mir nur noch drei. Ah, hier ist wieder eins. Das hätte wusste ich auch, wenn wieder eins sein wird. Okay. Ja. Ah, perfekt. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe noch eins, glaube ich, oder? Ne, ich habe es schon. Und der Rest? Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß noch nicht. Ich bin in Lobby. 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 Ich bin in Lobby.